Der Kong ist eine Basistechnik, um Hindernisse schnell zu überwinden. Dieses Hindernis hier eignet sich aufgrund der verschiedenen Absprung- und Landemöglichkeiten perfekt zum Üben. Nehmt so viel Abstand, dass ihr mit eurem starken Bein abspringen könnt. Um Schwung zu holen, werft die Arme von hinten nach vorne und setzt sie leicht gebeugt auf das Hindernis auf. Dabei springt ihr ab. Geht beim Absprung leicht in die Knie und springt aus der Schrittstellung ohne abzubremsen ab. Drückt euch sofort explosionsartig vom Hindernis ab. Bringt eure Beine nach vorne und visiert den Landepunkt so schnell es geht an. Folgt mit den Armen dem Schwung nach hinten. Landet am besten auf beiden Beinen und nutzt den Schwung, um weiterzulaufen ohne zu stoppen.